Grüß Gott im Klosterladen des Berneuchner Hauses Klosterkirchberg in Sulz am Neckar. Auch wenn die Schenke und unser Tagungshaus momentan wieder coronabedingt geschlossen sind, hält das Klosterladenteam um Maria Brotbeck die Stellung und ist täglich außer montags ab 13 Uhr für Sie da. Bei uns finden Sie eine feine Auswahl an Kerzen, Geschenkideen und unterschiedlichsten Grußkarten für jeden Anlass. Neben fair gehandelten Leckereien führen wir nachhaltige Teesorten. Seifen und erlesene Naturdüfte runden unser Sortiment ab. Auch wenn dieses Jahr alles anders ist, stehen Advent und Weihnachten vor der Tür. Wir führen Adventskalender für Erwachsene und Kinder, der andere Advent und der Adventskalendertee darf dabei natürlich nicht fehlen. Besonders schön leuchten die original Herrenhuter Sterne in den verschiedensten Farben und Größen. Heimelig bringen sie ein angenehmes Licht und eine adventliche Stimmung nicht nur in Ihr Zuhause, sondern sind auch eine wunderbare Geschenkidee. Vielleicht bietet die Corona-Zeit die Gelegenheit, mal wieder ein Buch zur Hand zu nehmen oder sogar Ihren Liebsten etwas vorzulesen. Der Klosterladen bietet dafür Unterhaltsames und Besinnliches. Maria Brotbeck empfiehlt ihnen dieses Jahr zwei besonders lesenswerte Bücher. Beatrice von Burgund ist ein fundiert recherchierter Roman, der aus dem aufregenden Leben der zweiten Ehefrau von Kaiser Barbarossa erzählt. Die Autorin Dorothea von Koltitz hat das Buch erst kürzlich hier auf dem Kirchberg vorgestellt und gibt in ihrem Buch Einblicke in die Spiritualität von Beatrice. Das Buch Anna ist ebenfalls ein biografischer Roman, der von der fiktiven Ehefrau Anna von Jesus von Nazareth handelt. Fesselnd erzählt die Schriftstellerin Sue Monkid, wie Anna und Jesus von Nazareth sich auf Augenhöhe begegnen. Selbstverständlich verpacken wir ihren Einkauf passend als Geschenk für jeden Anlass. Wir freuen uns auf ihren Besuch im Klosterladen oder ihre Bestellung entweder per Telefon an 07454 883 137 oder per E-Mail an klosterladen at klosterkirchberg.de. Herzliche Grüße aus dem Klosterladen des Berneuchener Hauses Kloster Kirchberg im Sulz am Neckar.